Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich noch genug frames gemacht kriege. 128 ist bisschen zu wenig. Zumindest könnte ich mich da nicht dran erinnern. Beziehungsweise das ist die Nachbarbaustelle. Wo ist denn jemand? Hier drüben. Ich dachte wir wollen Richtung, bei mir ist das nur 77 Meter von hier aus. Das sieht nicht aus. Ich habe diesen Bumbo. Wie will ich dich in der Welt machen? Wie kann ich denn das nicht aus? Wie kann ich denn die Jahre aus? Wie kann ich den Bumbo wiederentdessen? Wie kann ich den Bumbo wiederentdessen? Wie kann ich denn das nicht in der Welt vermieden? das wird eine lustige nacht weil ich ziemlich im eimer bin und überladen bei einem laufen ja schon zombies rum das ist toll ich bin sowas von tod kann man nicht mehr auf den baum krabbeln aber nur mal so zum gucken jetzt man sieht also hier relativ flaches land da kann man schön bauen ist nicht die richtung die ich wollte aber mein gott müssen wir am nächsten tag gucken wie das ganze restliche terra so ist und dann gehen wir mal gucken dann nebenbei die zombies können glaube ich mittlerweile zwei hochspringen echt das ist ja eine lady ist nämlich gerade auf eine zwei hohe steinmauer aufgesprungen ups wer kotzt denn da gerade das ist der kotzer an kotzerloch und der kotzt noch das bein gebrochen so und jetzt habe ich ein problem mein schlafsack ist nämlich direkt neben dran war super schlau nicht weiter wegzusetzen ja das geht so jetzt gehe ich mal Richtung süden gucken wie das aussieht da ja 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 also westen sieht gut aus wo war das denn jetzt da geht wir nicht rein bleibt hier bist du verrückt jetzt würde die hälfte der zimt rumrennen alle durchdrehen das haus kaputt ich habe jetzt einstecken 87 46 elektrische fallen und elektronik ich glaube ich dass es müh das ist übrigens deine quest musst du annehmen 4 klebeband warte ich bei uns meine kiste damit war nicht überladen reingehen müssen das hier wäre natürlich auch eine idee da sind wir sogar im süden wieder die da eine kiste da musst du nicht überladen reingehen ok bis hierhin aktiviert hast 1075 das heißt wir bräuchten jetzt ungefähr 700 südlich bis dahin brauchen wir gerade fläche beziehungsweise freie fläche ist das sieht doch ziemlich gut aus das ist ja da hinten Vielen Dank.